Ich habe Tony Robbins, den bekanntesten und erfolgreichsten Coach und Trainer der Welt, persönlich live erlebt. Und in diesem Video möchte ich dir meine ehrliche Meinung teilen. Weil manche Leute denken, boah, das sind so Chaka-Chaka-Events, da wird nur getanzt, da wird gesungen, da wird geschrien. Andere sagen, boah, der hat mein Leben irgendwie verändert. Deswegen möchte ich dir meine, sowohl psychologisch fundierte, aber auch meine persönliche Meinung einfach mitgeben. Weil, das kann ich jetzt schon mal sagen, in meinem Psychologiestudium, da saßen wir brav, rei und glied in einem Vorlesungssaal und haben irgendwie jemanden zugehört, der über wissenschaftliche Studien referiert hat. So war das auf jeden Fall nicht. Von Tanzen, von Springen, von Klatschen war tatsächlich vieles mit dabei, was wir letzte Woche erlebt haben. Warum wir, also ich war sowohl mit meiner Freundin, mit ein paar guten Freunden, Leuten aus dem Team und auch ein paar von euch, die quasi bei uns schon im Mentoring waren, letzte Woche mit in Köln. Und dort, mal abgesehen davon, dass es Leute gab wie Precht, den wir gesehen haben, Lanz haben wir gesehen. Das war für mich enorm interessant. Also ich fand ihn jetzt nie so sonderlich sympathisch oder menschlich. Aber dort ihn zu sehen, war extrem überraschend für mich, ehrlich gesagt. Weil er sehr bodenständig, er sehr mitmenschlich, er sehr tiefgründig war. Also da war ich erst mal sehr überrascht von. Und was halt auch extrem cool war, dass ich über die Zeit verschiedenste Leute getroffen habe. Also entweder natürlich auf der Bühne, Abschluss haben zum Beispiel die Fantastischen Vier gemacht, das einfach auch echt viel Spaß gemacht hat. Und dann auch viele Leute von euch zu sehen, die halt zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, voll coolen Content, den du machst und so weiter. Hat mich enorm gefreut. Und bevor ich jetzt nochmal tiefer auf die besondere Erfahrung mit Tony Robbins eingehe, für mich waren es vor allem drei Punkte, die in einer aufsteigenden Wichtigkeit letztendlich für mich da waren. Der erste Punkt war natürlich der Inhalt. Und das kennst du vielleicht, selbst wenn du schon auf anderen Seminaren warst oder Bücher liest. Das ist natürlich das Fundament der Wichtigkeitspyramide. Wenn das nicht da ist, wenn der Inhalt schlecht ist, dann steht und fällt das Ganze natürlich damit. Und dann kann man es auch gleich sparen, ehrlich gesagt. Aber, und das ist das Interessante für mich und auch Überraschende für mich gewesen, von diesen drei Ebenen war der Inhalt für mich, ehrlich gesagt, das Unwichtigste. Selbst bei Tony Robbins, wo man sagt, der ist ja so bekannt. To be honest, ich kannte die meisten Sachen irgendwie schon, die er gesagt hat. Und das klingt jetzt erstmal negativ. Das liegt ja auch mal eher daran, dass ich ein kleiner Tony Robbins-Fanboy bin und einfach so viel schon von ihm gesehen habe. Warum, erkläre ich euch gleich. Aber die Inhalte, die waren gut, die waren sehr gut. Aber jetzt nicht so, wo ich mir sage, boah, das war krassig. Ich meine, du kannst hier ein Buch lesen oder hunderte Videos hier auf dem Kanal schauen. Also Inhalt gibt es extrem viel. Aber, und jetzt kommt der zweite Punkt, der aus meiner Sicht noch wichtiger ist, als der erste, den ich genannt habe. Und zwar Verkörperung. Das kennst du vielleicht, ja. Du liest irgendein Buch, schaust dir irgendwas auf YouTube an und denkst dir, ja, das klingt geil, das mache ich jetzt. Aber jetzt mal ganz ehrlich gesagt, wie viel hast du denn schon umgesetzt, wenn es jetzt nicht bei einem persönlichen Coaching war oder bei einem tiefgehenden Seminar war oder irgendeinem tiefgehenden Mentoring oder Videokurs oder so, sondern von einfach nur irgendeinem Buch oder einem Video oder so. Da konsumieren wir oft, aber wir verkörpern es nicht so wirklich. Und das ist halt was, was Tony Robbins extrem krass gemacht hat. Ich meine, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr zum Beispiel aus seiner Netflix-Dokumentation angeschaut habt. Der kommt halt nicht alleine auf die Bühne, sondern da sind erstmal Tänzer und dann bewegt man sich erstmal mit denen. Und das ist mehr wie ein Event, wie ein Festival, wie ein Konzert oder so, wo man einfach richtig abgeht und erstmal super feiert und emotional sich in einen Zustand reinbringt, wo die Ressourcen halt viel größer sind. Das ist in erster Linie, denkt man erstmal, naja, also ehrlich gesagt, meins war es früher nicht. Ich bin eher jemand, der, sage ich mal, Dinge logisch durchdenkt und das Emotionale eher so über die letzten Jahre tatsächlich sich wieder zurückerobert hat. Das war aber für mich extrem krass, weil diese Verkörperung durchaus ein wichtiges Element gespielt hat, dann zu sagen, hey, ich setze es auch um, ich mache auch was damit. Und da gibt es ja auch Studien von Amy Cuddy in der Psychologie zu den Power-Poses oder auch generell zu dieser ganzen Embodiment-Forschung. Das zeigt, dass wenn wir uns besser fühlen, dass wir dann auch besser performen. Also das war schon extrem cool. Und beispielsweise Thema, warum ist jetzt diese Verkörperung, dieses Embodiment, wichtiger als der Inhalt für so ein Seminar? Tatsächlich war das für mich so, weil, anderes Beispiel, da gab es noch einen anderen Speaker, der am zweiten Tag, der kam auf die Bühne, Oliver hieß er und hat quasi, hat deutlich gesehen, dass er ein Handicap hat, dass er quasi eine körperliche Einschränkung hat. Und dann ist er halt auf die Bühne gekommen und hat erzählt, wie das zustande gekommen ist. Er hat quasi die Nabelschnur um seinen Hals gehabt und so weiter. Und sagt dann so, ja, der Arzt ist zu meiner Mutter gekommen und hat gesagt, naja, da haben sie ein echtes Problemkind geboren. Und eins kann ich euch heute sagen, wie falsch er doch lag. Und dann sind da einfach 17.000 Menschen mit Tränen in den Augen und Gänsehaut aufgesprungen und haben halt einfach ihm applaudiert. Und diese grundsätzliche Aussage, mach was aus deinem Leben, erlebe neue Dinge und glaube an dich und bring was nach vorne. Das ist inhaltlich relativ flach. Zum dritten Punkt ist das nichts Besonderes. Aber durch diese Emotionen, dieses Beispiel, dieses Vorbild, das er gegeben hat, Psychologie gibt es ja dazu auch Forschung zu dem Lernen am Modell, ist es halt einfach ein Beispiel, wo man sieht, boah, das ist richtig, richtig cool. Und dann kommen wir jetzt zu dem für mich wichtigsten Punkt und zwar der Gemeinschaft. Und das war halt wirklich eine krasse Sache. Wenn du halt in einer Lanxess-Arena mit 17.000 Menschen bist und dann halt einfach siehst, wie alle Leute mehr von sich wollen, mehr für sich wollen, mehr für ihr Leben wollen und letztendlich auch mehr dann positiven Impact für sich und auch für andere kreieren wollen, dann ist es einfach, wenn du dann mit Geschäftsführern oder mit Vorbildern von dir oder auch bei mir super cool mit vielen von euch aus der Community einfach da diese Beziehungen und auch Bekanntschaften einfach zu machen, ist einfach extrem motivierend und es ist viel krasser, dieses Umfeld zu haben. Und damit komme ich dann jetzt auch letztendlich zu Tony Robbins, weil für mich war es extrem cool. Ich bin ein sehr, sehr großer Tony Robbins-Fan, weil ich habe es vorhin schon kurz angeteasert. Warum? Ganz einfach, weil ich finde, er ist extrem krass verkörpert, was für eine hohe Energie und was für ein Charisma man haben kann, auch wenn man extrem tiefgründige und lebensverändernde und psychologische Inhalte letztendlich verkörpert und so. Und ich meine, klar, er ist jetzt kein Psychologe, der jetzt alles nur auf Studien basiert, aber das, was er macht, hat schon Hand und Fuß und das hat wirklich lebensverändernde Potenziale und deswegen für mich hat es extrem gelohnt, ihn auch einfach mal live zu sehen, weil erstens, die Inhalte kannte ich, aber zweitens, diese Emotion, das mit so vielen Menschen gemeinsam feiern zu können, das war extrem geil. Und jetzt der dritte Punkt, diese Gemeinschaft zu haben, beispielsweise gab es da eine Übung, das kannst du auch, ich gebe dir jetzt hier einen Inhalt mit, den du gleich üben kannst, gab es eine Übung, wo er gesagt hat, hey, geh mal in einen Zustand, wo du dir denkst, boah, die andere Person wird das sowieso blöd finden und es wird sowieso nicht klappen und dann versuch mal, die andere Person von einer Sache zu überzeugen. Dann soll die dir Feedback geben und dann, Übung Nummer zwei, zeige ihnen einen Zustand von, das wird geil, ich will, dass es funktioniert und es wird auch funktionieren, die andere Person wird es geil fehlen und dann bringe es auch mal zu anderen Personen rüber, versuch die Person jetzt zu überzeugen. Und dann auch wieder Feedback, was hat sich zum ersten Mal geändert? Das sind so ganz einfache Dinge an sich, inhaltlich, aber da lernst du extrem viel über deine Kommunikation. Und das ist halt was, das kannst du mit einem guten Freund machen, der sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, aber vielleicht ist es auch einer der drei, vier, fünf Freunde, die du dazu kennst und halt eben nicht wirklich eine große Menge an Leuten zu haben, die sich alle damit beschäftigen. Und deswegen ist für mich mittlerweile diese Gemeinschaft das Wichtigste. Und jetzt, während du dieses Video siehst, ich produziere das Video vor, sind wir auch gerade in Frankfurt am Main mit 150 Leuten bei einem Redefabrik-internen Seminar. Und da wir jetzt wirklich so viele Leute schon da mit zusammenbekommen haben, werden wir auch noch ein zweites Seminar dieses Jahr machen, und zwar am 9. und 10. September, äh, sorry, Dezember, so rum, Dezember. Dementsprechend, wenn du Bock hast zu kommen und auch mit dabei sein möchtest, einfach sowohl geile Inhalte zu bekommen, als auch, wie gesagt, das zu verkörpern und wirklich Dinge an deiner Kommunikation nachhaltig zu verbessern und aber auch in erster Linie ein Umfeld zu haben, eine Gemeinschaft zu haben an Menschen, die sich alle mit Kommunikation und Psychologie und Rhetorik und Charisma und so weiter beschäftigen, dann komm doch gern zu unserem nächsten Seminar in Frankfurt am Main. Ich verlinke es hier unten in der Videobeschreibung. Kannst dir gerne mal, also redefabrik.de-seminar, kannst auch einfach hingehen. Würde ich mich mega freuen, wenn du mit dabei bist, weil ich bin so froh und so dankbar, dass wir mit der Redefabrik wirklich die größte Plattform zum Thema Kommunikation und Charisma aufgebaut haben und das dann auch zu nutzen, um Menschen zusammenzubringen. Tatsächlich, ich habe auch einige Teilnehmende und Mentees von unserem Redefabrik.de-Sommentoring dort auch gesehen und das hat mich einfach super gefreut, weißt du, dass ich über die Möglichkeiten mit dieser Community hier auch einen Ort der Begegnung und der Positivität und letztendlich der Weiterentwicklung auch geschaffen habe und dementsprechend, yes, wenn du auch mit dabei sein willst, spannende neue Leute kennenlernen willst und auch viel Spannendes Neues lernen willst, dann komm, wie gesagt, gerne auch zu dem Redefabrik Charisma Chor am 9. und 10. Dezember in Frankfurt am Main, verlinke ich dir. Und weißt du, deswegen war es für mich einfach so ein tolles Event, einfach weil viel Freude, viel Spaß, viel Event-Festival-Charakter mit dabei waren und das halt geführt hat, aber nicht nur mit Unterhaltung auf einem geilen Technofestival oder was auch immer, sondern einfach mit tiefgründigen Inhalten, die das Potenzial haben, wo ich auch echt merke, krass, das hat jetzt nochmal viel geschärft, einfach Dinge nochmal konstruktiver, nochmal effektiver, mit einer besseren Energie voranzubringen und das hat mich natürlich jetzt auch sehr inspiriert, um beim jetzigen Event-Wochenende in Frankfurt am Main einfach meine beste Energie zu geben. Also, das als kleiner Eventbericht. Vielen Dank fürs Zuhören, Anschauen und noch einen schönen Tag und viel Kommunikativen nach vorne. Bis zum nächsten Mal.